Niemand deckt ein Licht mit einem Gefäß zu oder stellt es unter ein Bett. Nein, man stellt es auf einen Leuchter, damit alle, die eintreten, es leuchten sehen. Es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar wird, und nichts Geheimes, das nicht bekannt wird und an den Tag kommt. Gebt also Acht, dass ihr richtig zuhört, denn wer hat, dem wird gegeben werden. Aber wer nicht hat, dem wird auch noch weggenommen werden, was er zu haben meint. Meister, deine Mutter und Brüder stehen draußen und möchten dich sehen. Meine Mutter und Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln.